Hallo, willkommen zurück zu Pokémon Infinite Fusion. Wir haben ein minimalistisches Problem. Ich weiß nicht, ob euch hier irgendwas auffällt gerade an der ganzen Geschichte, aber... Erstmal, das hier... ...hat eigentlich bei uns nichts im Team zu suchen. Außerdem fehlt da noch ein, zwei Leute. Die sind lustigerweise... ...hier. Was ist passiert? Folgende Sache. Nachdem ich erst einmal versucht habe, eine Aufnahme zu machen... ...lustigerweise... ...und auch den ersten Orden geklatscht habe, wie man hier sehen kann... ...und ein bisschen schon gespielt hatte, dachte sich mein... ...fucking... ...dachte sich Infinite Fusion einfach so... ...Digga, abstürzen wir jetzt richtig geil. Und weil Autosave enabled war, von Anfang an des Games... ...ich glaube ich brauche das nicht weiter erklären, oder? Kurzfassung... ...Speckel... ...und Pistolenvogel sind jetzt weg. Wir haben jetzt nur noch Scully. Toguhut... ...das neu gefangene Borsack... ...und Batteryman. Und ich bin nicht erfreut darüber. Nicht mal annähernd. Und zwar... ...mache ich folgendes... ...äh... ...ich möchte ein bisschen rumtüpfeln... ...mit den Boys... ...kau mir noch einen DNA-Splacer... ...falls ich irgendwas mal... ...splicen will. Aber... ...ich will mal was... ...ich will mal was gucken... ...und zwar... ...ob ich nicht... ...Batteryman mal schnell... ...reverse... ...weil dann müsste es glaube ich... ...wenn ich mich täusche... ...Elektrostal sein... ...was vielleicht sogar ein bisschen vorteilhafter wäre. Mein... ...hat was? Sag mir nicht... ...das wird einfach nur so ein Dodo... ...mit zwei Meryl Köpfen. Oh Gott, ist das cursed. Oh Gott, ist das cursed, Alter! Oh Gott! Ich hab'n Plan... ...und zwar einen ganz gewaltigen... ...und zwar folgenden... ...folgende Sache... ...ich geh' jetzt... ...hier rein... ...ich... ...hole mir... ...den hier... ...beziehungsweise... ...ich möchte ihn unfusen... ...ja... ...ja... ...du kannst... ...kannst du... ...schneller machen... ...ist okay... ...ist okay... ...ist okay... ...anführ's ruhig... ...ist... ...okay... ...gut... ...weil... ...das will ich kurz mitnehmen... ...nur vorzeigen... ...weil... ...und ich sage... ...weil... ...wir dann nämlich noch ein Pokémon kriegen... ...weil wie gesagt... ...ich... ...habe leider Hintergrundwissen schon bekommen... ...durch... ...Dämlichkeit... ...was mich selber ankotzt... ...Hallo Mr. Käfer-Mann... ...der Käfer-Kann... ...ja hier bitte... ...ich hab'n Käfer-Pokémon da... ...ist'n B-Drill... ...toll... geiler Scheiß... ...ne hier... ...yo... ...alter... ...ebschuh... ...nicer Scheiß... ...wie nenn' ich den Lümmel... ...richtig... ...ich hab'n guten Namen für ihn... ...Sonic... ...das ist einfach... ...sonic jetzt... ...weil... ...es ist halt Sonic... ...Können ich hier sowas wie Doppelkämpfer einstellen... ...warte mal... ...Options... ...Normal... ...Auto-Safe... ...off... ...ich mach' Auto-Safe jetzt off... ...2v2... ...ist bestimmt ganz lustig... ...Mmm... ...Running... ...Speed-Frame... ...is egal... ...Text-Entry... ...Cursor... ...Keyboard... ...Fusion-Icons... ...Use das Sane-Party-Icon... ...for all Fusions... ...oder DNA-Symbol... ...Nee... ...Nee... ...So ist gut... ...So ist gut... ...Okay... ...Let's go... ...ich mach' euch beide... ...Fertig... ...ich bumms' euch beide weg... ...ich bin ne gute Nudel... ...ich glaub' ich hab' das falsche Pokémon vorne richtig... ...Oh Gott... ...Oh Gott... ...ich hab' ganz harte Sorge... ...Ähm... ...Meine Battery-Man fängt an... ...Das heißt wir machen einen Thunder-Shock auf den... ...und Toguhu tauschen wir aus... ...Gegen Scully... ...Weil... ...das ist wahrscheinlich gefährlicher als man denkt... ...Bubble... ...ich hab' beide so'ne Multi-Target-Attack-Moves... ...ist ja scheiße... ...Mmm... ...Ich weiß auch nicht, was jetzt gerade hilfreich gegen... ...Ahh... ...Erst mal eins fertig machen... ...Erst mal eins fertig machen... ...Erst mal eins fertig machen... ...ist wichtig... ...Oh... ...Nice... ...Okay... ...Toguhu das ist Level 11... ...Nice... ...Toguhu das ist Level 6... ...Level 7... ...Auvel-Pack zu lernen... ...Super... ...So muss das sein... ...Weckwort-Tackle... ...Come Back... ...Dies scheiße Disarming-Boys ne... ...Panda-Shock... ...und... ...Pack... ...GUT! ...Das hatten wir geklärt... ...Nice... ...Magnarill und Sluggle... ...Ach... ...Scheiße... ...Ehm... ...Ehh... ...Low-Kick auf Sluggle... ...und... ...Dich muss ich wieder austauschen... ...Gegen Scully... ...Sonst bin ich nämlich echt am Arsch... ...You're on charge Scully... ...Okay... ...Low-Kick... ...Off Sluggle... ...Nice... ...Ja... ...Magnet-Bobben ist jetzt nicht so geiler... ...Aber... ...Ach... ...Ich versuch mal damit... ...und Double-Kick auf Magnarill... ...Wenn ich weiß, dass das Sluggle... ...definitiv... ...Irgendwas... ...Hm... ...Flug... ...Nicht... ...Gut... ...Ach... ...Ich muss jetzt irgendwie ein High-End von euch beiden... ...Sluggle muss erstmal weg... ...Bag... ...Ähm... ...WO haben wir denn hier unsere Potions... ...Weil Batteryman darf definitiv nicht sterben... ...und Scully hält noch ein bisschen aus... ...Also von der Warte her... ...Ja... ...Du machst Double-Kick auf Magnarill... ...Komm... ...Okay... ...Magnarill ist down... ...Das greift schon mal nicht mehr an... ...Das ist gut... ...Das ist sehr gut... ...Das ist sehr gut... ...Huuu... ...Okay... ...Ähm... ...Batteryman... ...Auf Suda... ...Und am Back... ...Ein bisschen Potion für... ...Uns einen guten Scully... ...Ich wusste, dass du Scully angreifst... ...Nice... ...Okay... ...Hertweilschaft... ...Nice... 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 ...Geiler Schneis... ...Okay... ...Youngster... ...Cupid... ...Mmmm... ...Weiß ich nicht... ...Geist... ...Gestein... ... oder Geistboden... ...Ich weiß es gerade nicht... ... Deswegen Scully... ...Einfach Scully rein schicken... ...Wird schon passen... ...Der Rock, das Ding... ...Lear... ...Das ist eigentlich vollkommen... ...Egal... ...Weil ich mach jetzt... ...Estonisch... ...Ey... ...Ey... ...Leck mich doch am Zirbler hier... ...Ahh... ...Nee... ...Wenn der Tischwiener so anfängt... ...Ey... ...Ik könnt kotzen... ...Komm hier... ...Wir tauschen mal kurz Sonic in... ...Wir tauschen nie mal hin... ...Ey... ...Er stirbt da... ...Oder er macht wat... ...Ey... ...Ik... ...Ik hasse... ...Garde alles... ...an dieser gesamten Situation... ...Warum bist du schneller als ik? ...Gut, alles klar... ...Sonic is down... ...Nice... ...Freut mich... ...Find ich super toll... ...Hat wat... ...Fantastisch... ...Ok... ...Toguhu, zeig was du kannst... ...Ik haorte jetzt wat von dir... ...Du bist schneller als der... ...Warum bist du nicht schneller als er? ...Was ist los mit dir? ...Swift... ...Uuh... ...Ja, auf jeden Fall... ...Auf jeden Fall Swift... ...Ik ist besser... ...So, Toguhu, das ist ja bei 9... ...Nice... ...Super... ...Fantastisch... ...Wir haben einen Tod zu verdanken... ...Ey... ...Es ist doch nicht mehr lustig... ...Oh... ...Ey... ...Ey... ...Was ist der Joy? ...Hey, mein Pokémon... ...neut Hilfe... ...Oh Gott... ...Nein... ...Nein... ...Ja, ich... ...Gib mir den Carpador... ...Magikern? ...Was bestehst du? ...Magik... ...Carpador... ...Sonnenkern? ...Oh Gott... ...Alter... ...Noch... ...Nö... ...Ah, ich nenn mich äh... ...Flauie... ...Heyo... ...Flauie... ...Oh Gott... ...das wird ja noch bescheuert... ...er hier mal... ...Weißt du... ...Hehehe... ...Hehe... 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 ...Oh Gottes Willen... ...Hehe... ...Okay... ...Du bist super... ...Du bleibst im Team... ...Okay... ...Dem... ...Dude geht's nicht gut... ...Es ist einfach Brock... ...Der Arenaleiter von... ...irgendwas mit Steine City... ...Ihr redet irgendwas auf Englisch... ...und die Alte geht ins Pokémon Center... ...so wie es aussieht... ...und das ist sehr sehr gut, weil... ...Dude screamed out in pain... ...Alter, warum stehen hier so viele... ...Trainer rum... ...Alter, es waren noch nie so viele... ...Trainer... ...Äh... ...Options... ...1v1... ...Äh... ...2v2 Battles... ...Okay, ähm... ...Äh... ...Okay, gut... ...Vorbeischleichen... ...Gut, gut... ...Ja, läuft, läuft, läuft... ...Mhm... ...Okay, okay... ...Was ist es... ...In unser Team kommt jetzt ein... ...Woodie... 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 ...Nice... ...Was bist du denn... ...Tiny Fisch... ...Aber aus was bestehst du? Oh, aus Shiggy... ...Oh, Shiggy und Felino... ...Ich nenn dich... ...Knuffel... ...Äh... ...Knuffel... ...Weil... ...Wenn du nachher ein... ...Dickes... ...Rundes... ...Morlaut wirst... ...So ein ganz knuffiges... ...Knuddeliges... ...Als... ...Schildkröte halt... ...Du... ...Du wirst in dieses Team kommen... ...Ob du willst oder nicht... ...Oh... ...Team Rocket... ...Ähm... ...Entschuldigen Sie... ...Mr Brock... ...Ja, da waren Typen... ...In Schwarz gekleidet... ...Und ich habe... ...Rock Smash bekommen... ...Was ne TM ist... ...Warum ist Rock Smash ne TM? Ich meine nicht... ...Dass ich jetzt ein Problem damit hätte... ...Ne... ...Scheiß auf Low Kick... ...Aber... ...Pff... ...Mein ja bloß... ...Ach so... ...Ja... ...Klar... ...Können wir ja erstmal behalten... ...Es ist eigentlich ganz gut... ...Mus ich sagen... ...Hardwort... ...Ok jetzt aber... ...Rock Smash... ...Mach Put... ...Put... ...Ok es ist ein Pokémon... ...Iggy... ...Könnte ich es theoretisch fangen... ...Ich meine... ...Technisch gesehen... ...Iggy... 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 ...Durl... ...Oh... ...Also Meryl und... ...Das andere... ...Was ich auch hab... ...Als Fusion... ...Bubblebeam bringt Engels irgendwie gar nix... ...Deswegen noch mehr Shockwave... ...Forsight... ...Klemmst dir... ...Hin fort... ...Du Schlingel... ...Hehehehe... ...Hi... ...Iggy... ...Nup... ...Nup... ...Batteryman... ...Der hält unsere Welt... ...Hahaha... ...Broad... ...Unreal... ...Hahaha... ...Hahaha... ...Alter... ...Mach kein Auge Junge... ...Hm... ...Zu geil... ...Zu geil ey... ...Ganz ehrlich... ...Ich liebe diese Fusion... ...Die sind super... ...Ohhh... ...Ich weiß zu was du wirst... ...Und ich will es unbedingt haben... ...Ok... ...Was wäre ein Vorteilhaftes... ...Nicht weiß ich... ...Warte... ...Bist du jetzt... ...Geist Pflanze... ...Nee... ...Pflanze Geist... ...oder... ...Geist Flug... ...Küß mal mit Shockwave... ...Eindeutig passt mit Flug... ...Komm als nächstes... ...Ach du... ...Heilige Schneiße... ...Was bist du denn... ...Du bist... ...Unfassbar hässlich... ...und musst sterben... ...Fury Swipes... ...Heh... ...Iron Bob's Digga... ...Der tötet sich jetzt selber... ...Alter... ...Der tötet sich selber... ...Nice... ...Two Times... ...Pff... ...Battery Man ist ne... ...Bollwerk... ...Das ist ein Boll der gestart... ...Battery Man ist ein... ...Oh das ist cool... ...Das ist cool... ...Tüli St. Käfer Fuzzi... ...Oh ich glaube da oben... ...Gibt es einen Mondstein... ...Ich glaube es... ...Ich glaube daran... ...Kack... ...Batt... ...Wow... ...Ich habe ja vieles erwartet... ...Aber nicht das... ...Egal... ...je schneller es down ist... ...umso besser für mich... ...Robbie... ...F... ...Fart... ...Hahaha... ...Hahaha... ...Ich habe was zu entwickeln... ...Seal... ...Äh... 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 ...Ähm... ...Oh je... ...Ich wollte nicht stören... ...Aua... ...Oh Gott... ...Oh mein Finger... ...Oh Scheiße... ...Oh ist den Weg getan... ...Oh Scheiße... ...Ich glaube das ist aber der richtige Weg schon... ...Ich glaube ich muss hier nicht lang... ...Ich muss noch zurück... ...Ottpuff... ...Oh mein Gott... ...Ich glaube er hat Sachen gesehen... ...Er hat viele Sachen gesehen... ...Ach du Schneiße... ...Er hat... ...Er hat so viel gesehen... ...Komm jetzt... ...Sandle... ...Oh du bist cool... ...Oh bist du cool... ...Scheiße... ...Das ist nice... ...Wurl... ...Hahaha... ...Hai... ...Hahaha... ...Okay... ...Weiter geht's... ...Dich habe ich beklatscht... ...Machen wir die Steine aus dem Weg... ...Ich weiß dass irgendwas kommen wird... ...Wieder gleich... ...Wetten... ...Mach den hier weg... ...Pokémon Kampf... ...Oh ne... ...Ein Ewigstein... ...Ich brauche keinen Ewigstein... ...Ich brauche einen Stein... ...Der was entwickelt... ...Oh das ist ein Ausgang... ...Gibt es da vielleicht etwas... ...Was ich brauche... ...Wie einen Mondstein... ...Vielleicht... ...Mount Moon Square... ...Ja... ...PiPi... ...PiPi... ...Ja... ...Ja... ...Mondstein... ...Oh let's go Baby... ...Ich bin bereit... ...Mondstein... ...Oh Scully... ...Bist du bereit? ...Jetzt geht's ab Alter... ...Oh Alter... ...Ich finde... ...Mondstein... ...Du Bollwerk... ...Du... ...Geist-Boden-Pokémon... ...Immer noch mit Levitate... ...Hallöchen... ...Skully... ...Meine Fresse... ...Schnieg siehst du aus... ...Okay... ...Das ist das mega gut Alter... ...Frisches Wasser für den Preis... ...Kauf ich mal so... ...20... ...Ey... ...Besser kannst du's echt nicht haben... ...Muss man einfach so sagen... ...Hey... ...Du willst kämpfen? ...Ja will ich... ...Ich will dir voll aufs Fressbrett geben... ...Klepp cool... ...Ich weiß nicht ob ich's cool oder... ...grauenvoll finden soll... ...Bin mir noch im Unklaren... ...Hm... ...Weiß nicht... ...Mein das Pipi nutzt das Zentara als Rauchstoff... ...So wie's aussieht... ...Find ich... ...Okay cool... ...Ja ja ja... ...Hat ein bisschen... ...Hat ein bisschen was... ...Hat ein bisschen was... ...Okay seh ich einen... ...Find ich cool... ...Die Rocket Alte Cementa... ...die ist tot... ...Uh... ...Okay... ...Okay was haben wir hier... ...Ähm... ...Was habt ihr vor? Kann ich... ...fragen was ihr jetzt mit den dreien vorha... ...Äh... ...Hallo... ...Äh... 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 ...Hallo... ...Maran... ...Boah das ist cool... ...Ey das gefällt mir... ...Das sieht gut aus... ...Ich weiß nicht ob's an dem... ...Äh... ...Style von NATO liegt... ...Aber ich find's echt geil... ...Der Boy ist zum Boll weg geworden... ...Der muss auf Maul geben... ...Ähm... ...Dom fossil... ...Oder Helix fossil... ...Hmmm... ...Also... ...Our Lord and Savior... ...Oder was Dominantes... ...Hmmm... ...Ich meine... ...Eigentlich müssten wir mal... ...All Lord and Savior nehmen... ...Aber... ...Ich bin halt einfach immer noch... ...fürs Dom fossil... ...Sorry aber... ...Kabutops ist halt einfach... ...Ist halt geile... ...Ach... ...Leute guckt euch doch mal um... ...Route 4... ...Ist das nicht ehrlich... ...Uhh... ...Okay... ...ich könnte hier also vorbeilaufen... ...Perfekt... ...ich auch vorbei... ...und chilligen... ...Heile die Pokémon... ...Kaufe mir neue Poké-Bälle... ...Fangen was... ...und dann mernten wir den Part... ...Weil... ...Irgendwo ist auch mal Feierabend langsam... ...Muss ja nicht sein... ...Wo ist der Markt hier... ...Dem... ...Rost... ...Wer... ...Wird es... ...Sein? Äh... ...Ich glaube ich nehme irgendwas vor... ...Was nicht... ...zu stark ist... ...Ich äh... ...Ist jetzt ein bisschen... ...Doppelmoralisch aber... ...Egal... ...Doppelmoralisch... ...Weil es auch stark aber... ...Okay... ...In unser Team... ...Kommt... ...Als nächstes... ...Mit Glück... ...Ein... ...Biegel... ...Hehe... ...Oh er hat sogar ne kleine Kamatte... ...Das ist ne Pflege... ...Du Inkompetenz... ...Metal Claw... ...Okay... ...Metal Claw... ...Nicht zu viel Damage bitte... ...Okay... ...Bleift... ...Bei dir... ...Ball... ...Okay... ...Nice... ...Komm schon... ...Eins... ...Zwei... ...Drei... ...Easy... ...Ein Beagle... ...Wir haben einen Beagle gefangen... ...Das klingt nicht richtig auf... ...Nee... ...Es klingt echt nicht richtig... ...Das Malermaus-Pokémon... ...Nice... ...Ähm... ...Tod... ...Ross... ...Als kleine Hommage... ...An den ersten Fehler... ...Den ich begangen habe... ...Dieses Spiel zu... ...Oh mein Gott... ...Ich bin schon wieder... ...Superschnell... ...Hey Speed Alter... ...Let's go... ...Speed Run... ...Okay... ...Nee... ...Als kleine Hommage daran... ...Dass... ...Wir... ...Gute Jungs haben... ...Okay... ...Du bist hässlich... ...und Stolz... ...Mmm... ...Ich glaub... ...Ich lass dich im Team... ...Auf jeden Fall... ...Ich will dich aber mal... ...Umwandeln... ...Also... ...Dass du dann... ...Was wär das dann... ...Farbiegel-Gesicht... ...und Bidiza-Körper... ...War das richtig... ...Was ich grad gesagt habe... ...Ich... ...Weiß das nämlich nicht genau... ...Let's... ...Go Todd... ...Ach Scheiß... ...Schnuppen... ...Ja... ...Das ist mir doof... ...Yippie... ...Okay... ...Gut... ...Bin zufrieden... ...Ich bin Hardcore verwirrt... ...Odd XP-Share... ...Hey... ...Nice... ...Äh... ...Ja... ...Mensch... ...Den geb ich doch gleich Toguhut... ...Mensch... ...Mtastisch... ...Wir haben viele Verluste gemacht... ...Aber viel gewonnen... ...Gut, ob ich sagen... ...Speichel das Spiel jetzt einfach mal... ...Ganz chillig... ...Und dann... ...Geht's ab im nächsten Part... ...Wenn's soweit ist... ...Haut rein... ...Tschüss... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020